Deutschlandfunk, Medias Rees. Fox News in den vergangenen vier Jahren war eigentlich klar, das ist quasi ein Trump-Sender. Die Medienstimme, die den amtierenden Präsidenten stets ins Rampenlicht setzte und ihm zu Größe und Einfluss verhalf und dabei selbst gut verdiente. Sollte das jetzt zu Ende sein, hat Trump nach den US-Wahlen seinen mächtigsten Medienverbündeten verloren. Meine Kollegin, die Medienjournalistin Brigitte Betz, ist jetzt bei mir im Studio. Sie hat dazu recherchiert. Frau Betz, zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Naja, dass da jetzt eine Wende eingeläutet worden ist, das sieht auf den ersten Blick so aus. Aber, und das ist jetzt wirklich ein Aber mit einem großen A. Fox News hat sich bislang nicht dazu durchringen können, zu konzidieren, das war es jetzt. Das Rennen ist gelaufen. Das Rennen um die Präsidentschaft. Vor allem die einflussreichen Moderatoren des Vorabend-und-Abend-Programmes, zum Beispiel Sean Hannity, Tucker Carlson, die streuen weiter Zweifel daran, dass es bei der Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist. Und wir können das beobachten, was wir schon während der gesamten Trump-Präsidentschaft und auch schon vorher beobachten konnten. Da gibt es so eine Art wechselwirksames System zwischen den Moderatoren und republikanischen Politikern. Also Leuten wie Ted Cruz, zum Beispiel dem Senator von Texas, Leuten wie Newt Gingrich, dem einst mächtigen Sprecher im Repräsentantenhaus. Die treten bei Fox News auf und verbreiten ihre Sicht der Dinge. Jetzt zum Beispiel, dass die Sache noch nicht ausgestanden sei, dass es sich um Betrug, um Fraud auf Englisch handelt. Und Media Matters, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die die amerikanischen Medien kritisch beobachtet, die hat beschrieben, dass dieses Wörtchen Fraud jetzt auf Fox News häufiger vorkomme als Covid-19, also als Covid-19. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass hier doch große Unsicherheit gestreut werden soll. Sie sprechen jetzt von den Abendsendungen, Frau Betz, die ja immer schon sehr meinungslastig waren. Wie sieht es denn bei den Nachrichtenangeboten aus? Da haben wir natürlich Moderatoren, die offen sagen, wir brauchen Beweise. Ein Beispiel haben wir ja am Anfang der Sendung auch gehört. Wir brauchen Beweise, dass es zu einem Wahlbetrug gekommen ist. Und trotzdem haben wir dann eben immer parallel das Phänomen, dass Verschwörungstheorien, die eben zunächst in obskuren rechten Internetforen gepostet werden, auch über Fox News weiter verbreitet werden. Die neueste ist beispielsweise, dass ein Regierungscomputersystem genannt Hammer es geschafft habe, in den sogenannten Schlüsselstaaten die Stimmen, die eigentlich für Trump abgegeben worden sein sollen, seinem Konkurrenten Biden zuzuschlagen. Das klingt natürlich jetzt ziemlich skurril. Er liegt aber eigentlich auf der Linie, die Fox News seit langem vorgibt, nämlich, dass es einen tiefen Staat gäbe, den sogenannten Deep State. Das sind quasi Regierungsbeamte einer Art, ja nicht gewählter Regierungselite, die eben Trump loswerden möchte, die verhindert, dass der Wille des Volkes durchgesetzt werden kann. Und gibt es ein neues Feindbild zum Beispiel, wird gerade aufgebaut, die Pharmaindustrie. Da wird gesagt, ja, warum kommt jetzt ein angeblicher Impfstoff auf den Markt, nachdem Joe Biden Präsident geworden ist? Die wollen jetzt auf breiter Front die Amerikaner zwangsimpfen. Und man muss ja sehen, ein Teil dieses Ideengebäudes, das wird ja den Amerikanern seit langem verkauft, nicht nur in diesem Wahlkampf. Und das ist eine Linie, von der jetzt diese Protagonisten wie Sean Hannity nicht wieder abweichen werden, nur weil Joe Biden jetzt die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Das sind ja zum Teil überzeugte Anhänger dieser Ideologie, die besagt, allein Donald Trump und die Republikaner, die können die USA vor einer alten und sehr korrupten Elite beschützen. Aber die Moderatoren allein können ja keine Linie vorgeben. Hinter Fox News steckt ja die Murdoch-Familie. Sind die da jetzt im Kontakt? Naja, die sind ja ganz enge Verbündete. Man weiß, dass die auch persönlich miteinander verkehren. Rupert Murdoch ist ja inzwischen 89 Jahre alt, aber auch sein Sohn, der designierte Nachfolger Lecklen, gilt als konservativer Knochen und vor allem als ganz knallharte Geschäftsleute. Ihnen gehört ja auch die New York Post und das Wall Street Journal. Beide Blätter haben sich ja relativ vorsichtig pro Biden geäußert. Der wäre möglicherweise ja doch jetzt eigentlich Präsident. Aber im Grunde, das muss man sehen, kommt es jetzt drauf an. Wo wird diese Familie ihre Prioritäten setzen? Wo glaubt sie, welche Strategie ihn nun am meisten nützt? Fox News ist ja der reichweitenstärkste amerikanische, in Anführungszeichen, Nachrichtensender und ist wirklich eine Gelddruckmaschine. Die Frage ist jetzt, ist ihm diese Gelddruckmaschine wichtiger als die Demokratie in den USA? Sie möchten natürlich diese Zuschauer nicht verlieren, die in der Mehrheit hinter Donald Trump stehen. Und wir wissen aber, dass Rupert Murdoch zum Beispiel in Australien seine publizistische Macht schon benutzt hat, um politisch Einfluss zu nehmen und einen Premier abzusetzen, der den Einfluss der Kohle-Lobby unterbinden wollte. Wir wissen, dass er auch in Großbritannien Einfluss genommen hat zum Beispiel und den Brexit durchzusetzen. Und meiner Meinung nach ist jetzt noch vollkommen offen, wie er nun in den USA handeln wird und was im Endeffekt dabei rauskommt. Danke erstmal für Ihre Einschätzung. Wenn Sie jetzt die Hintergrundinformationen von Brigitte Bäthes gepackt haben und Sie gern mehr wissen möchten, schauen Sie einfach vorbei auf unserer Seite deutschlandfunk.de-medias.